... ist die richtige Jahreszeit dafür. Haben wir eine Wahl? Ich muss nachdenken. Wir müssen handeln. Also, da hast du gelegt. Ich bin kein Eimer. Bist du Buck? Ich hab nicht Geburtstag, dann ist wohl Weihnachten. Ich suche meinen Freund, Keith. Sorry, da klingelt nichts. Du hast ihn von heute gekauft. Ah, den. Er sagt, er heißt... Ein Brüller. Also gut, dann reden wir Klartext. Du bist Jason Brody? Hey, hör zu. Ich will nur Keith. Jason, Jason, Jason. Wir sind doch nicht alles Wilde hier. Wir sind Geschäftsleute, Kapitalisten. Ich habe etwas, das du willst, oder? Mein Produkt. Und du hast auch etwas. Und was soll das sein? Oh, nur ganz ruhig, Jace. Vorsichtig. Legst du mich um, kriegst du ihn nie. Finde den für mich. Beschaff mir den. Und du und ich sind Quid. Und Keith gehört ganz dir. Bring mir was Verlorenes. Den Dolch habe ich schon mal gesehen. Dolch? Ein Dolch? Das ist kein scheiß Dolch. Das ist Kunst. Da steckt mehr Geschichte drin als in euren Arschbacken. Das ist mein Preis, klar? Wo ist er? Dieser Schatzsucher, der wusste, wo er ist. Aber war es, schnappte sich das Boot, während der nach einem chinesischen Schatz wühlte. Und was bekam er noch? Den Dolch. Nein, nicht den verfickten Dolch. Seine Position. Mhm. Du willst dies zurück? Geh zu dem verdammten Boot und finde heraus, wo das Artefakt verbuddelt ist. So, und jetzt ab. Verpiss dich! Verpiss dich! Verpiss dich! Verpiss dich! Verpiss dich! We�eg! Was ist das? 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 Meine Fresse! Was ist das? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Er war nicht auf dem Boot Oh, Jason Keith wird das aber gar nicht freuen Es ging ihm nicht gut, als ich ihn zuletzt sah Warum sagst du mir das? Ich weiß nicht Konversation, mein lieber Unterhaltung War da nicht auch ein Kompass? Exzellent, sehr gut Die Daten sagen, folge dem Kompass Oh, danke für die Hilfe Jederzeit Nun, den Rest kriegst du sicher allein hin Keith braucht mich Okay? Adios Das ist ein Kompass Was ist das? Oh, oh, oh. Was soll denn das? Wenn du wusstest, wo ich hin muss, warum hast du nichts gesagt? Jason, Jason, Jason. Nun mach dir mal nicht gleich ins Hemd. Ich spiele dein Scheißspiel nicht. Ich bin nur Zuschauer hier, aber ich erwarte eine gute Show. Geh mir aus dem Weg. Zuerst eine kleine Geschichtslektion. Klar? Kann ich anfangen? Dann hör mir gut zu. Also, betrachte diesmal als monumentale Verkörperung der Ironie. Die Scheißjapse, ja, die hatten diese Spezialeinheit für, du weißt schon, die Suche nach Schätzen und Reichtümern. Aber die Wichser merkten nicht, dass sie genau über dem Scheißdreck bauten, den sie suchten. Na los, frag schon, wonach haben sie gesucht, Buck? Nein. Dafür sollte ich dich prügeln. Ganz ehrlich. Aber weißt du was? Dann wird Keith geprügelt. Sie suchten die Chao-Fucking-Gang. Das Flaggschiff, das diesem, diesem berühmten chinesischen General gehörte, Zheng Yi. Aber das Scheißding, es ist einfach verschwunden. Mit allen Reichtümern an Bord und mit, jawohl, meinem Scheißdeutsch. Das war's. Pass auf dich auf, ja? Geschichtsstunde beendet. Ich werde den Hurensohn umbringen. Ich werde den Hurensohn umbringen. Sie haben sich hier ausgetobt. Ich werde den Hurensohn umbringen. Oh, scheiße. Was, Männer sind hier? Dann noch einen Treffer. Ja. Nein, nee. Kann das ich gar nicht ab. Get out's you. Hey! � MANIERwid granules! – Lass uns die Angelegenheiten! – Lass uns die Angelegenheiten! Okay, dann los. What? Fuck! Hey! Hey! Aha! Sure! Too bad, nigga! Mann, Mann, Mann! Eise Kiefer! Bleib! Bleib! Nein! Bleib! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017